Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wurzeln Sonntag. Das Dschungelcamp ist vorbei, es gibt also keine Ausrede mehr, meine Videos nicht zu gucken. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und möchte heute mit euch über fünf Themen reden, ganz kurz. Es geht um das Auschwitz Memorial, es geht um Combat 18, es geht um Trump, es geht um Nackensteaks und es geht um die NPD. Nicht die AfD, sondern die NPD. Lasst uns also direkt loslegen. Auf dem Wiki hier habe ich ein Zitat gelesen, das von Herrn Brinkhaus kommt, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Ich habe den Artikel nicht gelesen, muss ich als Disclaimer sagen, weil er hinter der Paywall lag, aber die Überschrift des Artikels lässt auf viel Spannendes hoffen. Herr Brinkhaus hat nämlich gesagt, Nackensteak-Esser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Nochmal, Nackensteak-Esser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Was möchte uns Herr Brinkhaus damit sagen, dass Menschen, die vegetarisch, vegan, frutarisch oder wie auch immer leben, nichts leisten können, nicht sozusagen unsere Gesellschaft tragen können? Wenn er das sagen wollte, halte ich ihn ehrlich gesagt für nicht ganz zurechnungsfähig, muss ich sagen, denn das wäre absoluter Blödsinn. Will er uns damit vielleicht sagen, dass das Nackensteak, das man aus dem Tier herausgeschnitten hat, vielleicht dafür sorgt, dass dieses Tier kein Rückgrat mehr hat? Ja, das könnte so sein, aber ich glaube nicht, dass das die Message war. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt ein billiger Versuch ist, sich sozusagen als jemand darzustellen, der sozusagen auf der populistischen Welle mitschwingen möchte, dass wir uns im Moment nicht nur um das Klima Gedanken machen müssen, sondern dass es natürlich auch okay ist, Schweinefleisch zu essen. Oder aber fällt mir gerade auf, es ist eine religiöse Anspielung und er möchte damit sowas sagen, wie der Bundespräsident nur umgekehrt. Der Bundespräsident hat ja gesagt, auch der Islam gehört zu Deutschland. Und vielleicht möchte Ralf Brinkhaus damit sagen, nur Schweinefleischesser, also eben nicht Moslems gehören zu Deutschland. Ich weiß es nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen, ich finde diese Überschrift nur auf so vielen Dimensionen absurd. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Und jetzt von einer absurden Sache zur nächsten absurden Sache, nämlich zu Trump. Trump ist jetzt drei Jahre im Amt und ich habe einen interessanten Screenshot gefunden von der Jungen Union, also der Jugendvereinigung der CDU. Und die haben vor drei Jahren geschrieben, Congratulations, Mr. President, jetzt schauen wir doch mal, was sie zu liefern haben. Und ja, das habe ich ganz kurz gemacht. Ich verlinke euch unten ein paar Seiten. Trump hat es nämlich hinbekommen, in den letzten drei Jahren über 16.000 Mal zu lügen. Jedenfalls dokumentiert, vielleicht sogar noch öfter. Er hat dazwischen ganz schön viel anderen Mist gebaut. Und ehrlich gesagt, das alles aufzuzählen würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Schaut gerne unten in die Linkbox, da habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, die seine Lügen so aufdecken und seine Umtriebe. Aber, liebe Junge Union, so kann man also falsch liegen. Das Internet vergisst nicht. Und damit zur Schlagzeile der Woche, würde ich sagen, jedenfalls für mich. Es geht um Recherchen einer kleineren Zeitung, der Kreiszeitung Wochenblatt. Die haben nämlich herausgefunden, dass ein Kollege von mir im Europäischen Parlament angeblich jahrelang in der NPD war. Ihr habt richtig gehört, in der NPD, die verfassungswidrig ist. In der NPD war und das niemandem gesagt hat. Er ist nämlich für die Tierschutzpartei ins Europäische Parlament eingezogen. Sein Name ist Martin Buschmann und er war angeblich in den 90er Jahren Kreisverbandensvorsitzender der NPD und auch bei den jungen Nationalisten oder jungen Nationalen aktiv, die sich als die Speerspitze des Kampfes gegen unsere Gesellschaft verstanden haben. Ich kann verstehen, dass man diese braune Vergangenheit nicht öffentlich machen möchte. Ich finde, es ist aber einen wahnsinnigen Skandal zu suggerieren, dass man ein linker Politiker ist, denn er hat im Wahlkampf dezidiert linke Thesen vertreten und in Wirklichkeit aber jahrelang Mitglied der braunen Soße NPD war. Und ich glaube, dass Herr Brinkhaus das vor der Wahl spätestens hätte deutlich machen müssen. Versteht mich nicht falsch. Man kann in der NPD sein und sich davon glaubwürdig lossagen. Es gibt Menschen, die aus dem rechten Sumpf herausgekommen sind, sich glaubwürdig distanziert haben. Das ist ein schwerer, das ist ein weiter Weg. Umso wichtiger sind zum Beispiel Ausstiegsprogramme für Menschen, die in der rechten Szene sind. Aber als Mensch, der sozusagen auf dem Wahlzettel steht, mit linken Themen Werbung macht und aber sozusagen immer seine rechte Vergangenheit hinter sich her trägt und niemandem darüber erzählt, das finde ich, geht überhaupt nicht. Und diese Recherche ist Beispiel dafür, warum wir in unserer offenen Gesellschaft, in unserer Demokratie die freie Presse brauchen. Ohne Journalistinnen und Journalisten und dieser Journalist, der das öffentlich gemacht hat, steht ja mit seinem Namen dahinter und setzt sich damit Gefahr aus, dass er jetzt vielleicht wieder auf einer Todesliste landet, Drohungen bekommt. Dieser Journalist hat diesen Umstand offen gemacht, der sonst verborgen geblieben wäre. Und zwar durch saubere Recherche, wie ich glaube. Der Anwalt von Martin Buschmann, der übrigens selber nichts gesagt hat, aber der Anwalt hat dem Wochenblatt mitgeteilt, Martin Buschmann war nie aktiv in der NPD. Nie aktiv. Sie haben also nicht abgestritten, dass er Mitglied in der NPD war, sondern nur gesagt, er sei nicht aktiv gewesen. Das ist natürlich eine typische juristische Wortspielerei, aber ehrlich gesagt, als Vorsitzender eines Kreisverbandes der NPD und Schatzmeisters der jungen Nationalen würde ich schon sagen, dass man aktiv ist, aber darüber kann man sich natürlich trefflich streiten. Ich finde jedenfalls, dass Martin Buschmann sich schleunigst erklären muss und da er sich nicht offen von seinem rechten Gedanken gut distanziert hat und sozusagen in dieser braunen Soße mitgeschwommen ist, kann ich ihm auch nicht abnehmen, dass er sich davon jetzt ernsthaft noch glaubwürdig distanziert. Und ich glaube, der richtige Schritt wäre, sein Mandat zur Verfügung zu stellen, denn man hat tatsächlich, oder denn er hat dann, wenn das alles so war, ja tatsächlich die Wählerinnen und Wähler, die die Tierschutzpartei gewählt haben, im Glauben gelassen, dass er jetzt sozusagen ein Ur-Linker ist. Und mit der Vergangenheit, finde ich, ist das schwierig, wenn man nicht offen dazu steht. Und damit komme ich zum letzten Thema für heute, Combat 18. Combat 18 steht für Combat Adolf Hitler, weil das A der erste Buchstabe und das H der achte Buchstabe im Alphabet ist. Dieser Verein wurde verboten und jetzt könnte man dem Innenminister, der dafür verantwortlich ist, Horst Seehofer applaudieren. Aber nicht zu lang, denn er hat sich für dieses Verbot sechs Monate Zeit gelassen. Nochmal, sechs Monate. In diesen sechs Monaten hatten die Mitglieder also Möglichkeiten, Beweise von dann zu bringen, Aktenordner verschwinden zu lassen. Ich weiß, im deutschen Recht ist es schwierig, Vereine zu verbieten. Und das ist auch richtig so, dass Vereine nicht einfach so verboten werden können. Aber zwischen Ankündigung und Vollzug so eine lange Zeit vergehen zu lassen, halte ich ehrlich gesagt für nicht in Ordnung. Das hätte schneller gehen müssen, wenn man doch weiß, wie diese Szene vernetzt ist. Unser Staat, unsere Demokratie muss sich gegen die Unterwanderung von rechts verteidigen. Und insofern ist es wichtig, dass der Staat rechtsextreme Strukturen zerschlagen kann und tatsächlich auch strafrechtlich verfolgt. Darauf müssen sich alle Demokratinnen und Demokraten verlassen können. Und ich hoffe, dass das jetzt der Beginn eines Rückschlags des Staates gegen rechtsextreme Strukturen war. Und wenn Herr Seehofer das macht, hat er an dieser Stelle, und das ist ziemlich awkward, dass ich das sage, meine volle Unterstützung. Aber er muss an dieser Stelle jetzt auch liefern. Und zum Schluss möchte ich euch noch einmal Danke sagen. Auch ich habe mich ja an dem Aufruf sozusagen des Auschwitz Memorials beteiligt. Das Auschwitz Memorial wollte bis zum 27. Januar eine Million Followerinnen und Follower haben. Das ist der internationale Gedenktag für den Holocaust, also für den Massenmord, den die Nazis an Juden verrichtet haben. Und auch das passt leider ja in dieses Video als schlimmste Folge dessen, wozu Rechtsextreme in der Lage sind. Aber die eine Million Followerinnen und Follower sind zusammengekommen, auch dank eurer Hilfe. Und es war für uns alle ein kleiner Schritt, auf Folgen zu klicken, aber echt ein großes Zeichen für die Organisatoren und die dahinterstehen. Und insofern danke an alle, die auch ein Like, ein Follow dagelassen haben. Und jeder und jede, die sich jetzt überlegt, na, ich möchte das auch noch, ich verlinke euch unten das Auschwitz Memorial nochmal, sodass ihr auf Gefällt mir oder Folgen klicken könnt. Das war mein Wurz zum Sonntag, leider mit vielen negativen Themen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Wurz zum Sonntag mal wieder mal ein paar positive Dinge reden können. Und ich halte euch natürlich darüber auf dem Laufenden, was es mit der NPD-Vergangenheit von Martin Buschmann auf sich hat und wie die Recherchen des Wochenblatts weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich wie immer gerne wissen, ob euch das Video gefallen hat, welche Themen euch interessieren, ob ihr irgendetwas anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Like da. Und wenn ihr richtig verrückt seid, dann aktiviert ihr auch noch die Glocke, dass ihr immer die Video-Hinweise bekommt, wenn ich was Neues hochlade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, haut rein, ciao.